Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu Gary's Wartet Gates Ich mach keine begrüßung mehr Ich mach keine begrüßung mehr Ich muss Wärtschänder öffnen Bestimmt Minecraft Hound Völlig richtig Wir sind wieder 6 Leute hier Ich muss mich hier erstmal umgucken Witz Ich hab auch keine Waffe Nein, 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 nein Aber sehr schlimm ist er ja nicht Oh mein Freund Das interessiert ja keiner, der redet Ich bin Detektorfe Hi Levi Ich bin Detektorfe Ich bin Detektorfe Ich bin Detektorfe Und ich kauf mir jetzt eine schöne Waffe Ich höre, wie ist denn das jetzt? Wenn man den Detektor spielt und die Identität vom Detektor annimmt Hat man dann einen Skin Oder wird man dann als normaler Spieler angezeigt? Oh, das weiß ich nicht Ich hoffe man hat jetzt Skin Aber das weiß ich nicht Und wenn nicht, dann ist das richtig scheiße David lebst du noch? Jaja Okay Nein, ich musste nur gerade Jetzt sagt der liebe alte die Map sagt Jaja Irgendwie leckst du bei mir gerade ein bisschen David 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 steht da weg Du ich gar nicht Hab das gesehen Ja, das macht David Äh, das macht Äh, Rolf so oft Ich hab keine Waffe Ich hab auch keine Waffe Ich hab auch keine Waffe Ich hab auch keine Waffe Äh, äh, Gamer, was hast du für eine Waffe? Wir sind aber sehr wenige Äh, Tar 21 Ja, ungefähr Ja, ich hab auch keine Waffe Ich hab nur noch ne Diegel Ich hab gar keine Waffe Äh, ich hab gar keine Waffe Äh, ich hab gar keine Waffe Ich hab dir die Waffe Der Jenkins hat mir, äh, gecrowed hat Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Ich hab dir deine Waffe wieder, äh, immer wenn, äh, sobald... Ja, ja, ja Was? Ich hab ne ACR Was? Da ist der... Wenn ich mal David, wenn ich nicht mal rede, ist es David, ja Was ist? Wer hat gesagt, wer jetzt sagt, wer jetzt überredet Was ist der R? Oh, lass mich scheit hier sitzen Auf Ja, ich hab das Nee, egal Wer war das? War die Taktis? Nee, großartig Guck mal Wenn ich anfangen, you reden Schau, komm her Lass, lass mich reden Schau, lass mich reden Schau, lass mich reden Wo bist du denn? Nee, ich will grad nicht Ich brauch erstmal eine gescheite Waffe, danach Ah, ja Die Tar 21 ist von Die Tar 21 ist von Äh, Dingels, du kannst wieder Komm Oh Schieß mal auf Äh, hier, 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 beiden Doch, äh, man Ich hab wieder eine Tar 21 Ich will ja nicht drauf schießen Warte Doch, mach mal Da passiert gar nix Oh, das ist echt toll Es gibt nicht nur so viel Waffen Äh, David, lebst du noch? Nein, aber Ich glaub, es ist David oder nicht David, lebst du noch? Jaaaa Warum sammels wir denn Cengiz? Die sind noch die drei Cengiz Warte mal Goelfie Äh, Cengiz, lebst du noch? Ja Äh, wer fehlt denn noch? Levi, lebst du noch? Schreib was im Chat Ja, da ist vor mir, der ist vor mir siehst schon Wird alle leben noch? Ja, glaub schon Das war schon mal gut Ja, klar, ich bin beim Levi-Jengiz David, bin auch ein mal der über die Goldfie Agolfi Agolfi Adolfi 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 Adolfi, du hast auch schon gemacht das ist Topkill, wo du machst und ja ist das Leute, bis du jetzt hinten auf den Wettbewerb Select Sample Oh, 100% inno, steht bei mir bei Golfi so ein Unterschied das steht jetzt auch Close Verstehe das auch? Okay, ich glaube, es geht nicht Wer hat da gerade geschossen? Da hinten die zwei müssten das Warum? David, darf ich mal kurz, David, David, David Ja, wo ist das? Doch, es gibt zwei Täter, scheiße Gamer, Gamer, Gamer Es ist Gamer Nimm mich angeschossen Ja, okay, okay Wir nehmen den Detective mit, ja? Ja, nehmen wir mit Entdeckung, Entdeckung Shadow, Entdeckung, los Entdeckung Shadow, Entdeckung, der ist schon tot Nein Nein, nicht nur Ey, Shadow, misst den Rückgrat verlieren, bitte Ja, ne, dir lebe ich Ich schmeiß ne Granate Zurück, zurück, Entdeckung Verbrenn Verbrenn, Katolz LOL Jetzt kann ich ausrasten müssen, das funktioniert, ich hab von David alles klar, das geht nicht Jetzt kann ich ausrasten müssen, ich wär grün gekommen, dann wären die alle in die Zeit gewesen, alle das ist jetzt nicht egal machen wir haben ja ich bin erster wer wollte ich schon wie der erste ich gar nicht hätte dafür doch die Börse verschickt er damit Prozent der erste die Punkten der Post oder so geht das weiß ich auch er stimmt so war er heute ist dann nur dabei aber ich weiß nicht was auch so als ich habe mich gefreut dass sie für damit im Betrieb der Waren wo ich habe gesagt ihr wart ja und aber warum das kein Grund gehabt doch ich hatte einen Grund ja welchen ihr seid hässlich ihr seid hässlich das ist mein Gefühl okay wenn ich detectiv bin dann tötet aus den meisten Punkten E-Golfi eh da muss ich mir irgendwas überlegen weißt du noch ähm Shadowgestern ich war Trader du hast mich jemanden an E-Golfi töten lassen oh ja boah hätt ich doch den richtigen lassen ich wäre so lustig ich brauche ne Waffe ach so und wenn so schießt man ja nix und anständige Waffe wird mich auch ich hab ne P90 Leck mich auch noch schneller als er auch Niko ich will er auch noch ein aber ich auch dort mit Robo ich bin ein Code Detektiv er sagt das ich bin ein Auro wenn ich größer 3 3 3 Schaden macht LWL ist wichtig doch nicht nachher ich kann ein was gemacht sie haben Prozent den Soxschluss mehr als ich einfach so als hilft die Texte auf geht auf abkühlen die Wettbewerb die Mauter Hacker ist sie nach sie irgendwo ja ich habe doch mehr ich meine ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich freundlich und ich habe gemacht wir haben eine Bedienung herr und was im Versorgung großen Platt mit werden sehr wichtig eine Waffe wo es der Detektiv es ist eine Farmer ist und die Tektiv zu gehen Thomas die Glückwunschung ist wenn ein Gemüse um Sniper Okay. Wenn er ein Ende nicht braucht, will ich gegen den HK tauschen? HK mit 34. Hat die auch in den ACR? Ich will die Fahrer. Hey, in Direkte 4 hast du die Macht, die Pepit, die du. Oh, wo? Lopo sei. Scheiße. Oh, Fernbedienung. Komm, wir gehen jetzt Fernseh schauen. Ja, ja, kapit. Wo ist denn der Fernseher? Immer weiter geradeaus. Immer geradeaus. Pff. Immer geradeaus. Kannst du durch? Kannst du vorbei? Die Fernbedienung ist verkehrt, warum? Lauf in deinen Tod. Ich guck, ich guck auf den Boden. Ich hab' einen Fahrerlachstabit, ja. Oh, ich hab' auch eine Fernbedienung. Das ist auch eine Fernbedienung. Das ist ein Fernseher. Alter, so ein Fernbediener. Soll, was steht auf der Tasse? Steh'n auf der Tasse? Hey, das steht. What Celeb? Celeb? Wo? Wo ist das? Ah, wie ist das? Meine Farm aus. Oh, gib mir die Farm aus. Oh, gib mir die Farm aus. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich den Kopf abschießen. Oh, geil. Komm mal eine anständige Waffe. Äh, yo. Äh. Ich seh' keine. Nein. Ich hab' es beim E-Golf hier um den Tenaus genommen benutzt. 100% inno. Wo seid ihr denn? Scheißer Karl. Ich bin wieder Prozent inno. Ich will kein HK. Ernsthaft. Schwa. Schwa. Ich bin, glaub ich, mit der Tal 21 herum. Hallo, Lenny. Hallo, Lenny. Fucking P90. Intivisier mal bitte, Dings, Levi. Wo ist'n da? Was soll, was soll man denn machen? Intivisieren? Sorry. Nein. Was soll ich denn noch? Wo seid ihr? gewünschte ich scheiße und das zu dem innen und er hat sich bei erster geschützt hat mehr er halt du bist echt schlimm ja zumal genau von dem und ist immer noch erster um den fest niegeltet ich weiß ich sehe es wie kommt man da kommen da hoch er ist tot Erkneut Elie ist tot und umliegt eine Leiche Warum ist Levi tot? Warte, bleib da, Nico, bück dich mal Warte, bleib da, oder komm auf mein Kopf Nein, warte, ich weiß wie Bück du dich Ah, ne, warte Hier ist ja einer, warte Ich muss hier hochklettern Oha, ah, wück dich einfach Okay, ich dachte schon Oh, ich finde hier wirklich gar keine Waffe Aber lebst du jetzt noch? Ja, okay Ich versuche hier gerade wohl langzulaufen Also David, David, David Oh, du hast mich untersucht, lol Ich will euch nur mal sagen, David war hier bei Levi die ganze Zeit da gewesen Ich suche schon die ganze Waffe, welche Waffe hat den Engel getötet Jetzt, ich mich die Grunde aufschau Was ist denn die Leiche? Da oben, auf dem Fenster Du kannst die Füße hier, du kannst hier die Füße nehmen Und ich versuch mal, was ist jetzt weg? Ja, die Tektion, was ist hier? Alter, wie Oli wie so in einem Affenhaus Hey, wie kommen wir jetzt? Wie seid ihr denn da draufgekommen? Ich hab mir auf den Jengels draufgestellt Oh, warte, 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 hier ist doch ein Fass, komm doch, da kam er drauf Da wird wirklich mal Da läuft jemand weg, da ist jemand weggelaufen Wolfi, Wolfi dann weg Was ist das für eine Waffe? 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 Däuser Ach komm Mit einer Sniper Ich hab' ne Sniper, aber ich hab' ihn nicht in Schuss Okay, Shadow Warte, war's ein Headshot? Ich war'n Headshot, aber Ich war'n Headshot, aber Äh, nein Ich hab' 4 Munition Äh, äh Shadow Nein, Mann, die Scheißzeit! Ich hasse euch alle! Töt' die, Golfi Äh, Jengels, Jengels, Jengels Ja, die Koto gesagt, ich soll euch töten Ja Boah, bin ich scheiße, endlich, ey Ich fall' doch um Ist kacke, Alter Hey, komm, ich hab' nicht mehr viel Muni Ich hab' leider keine Waffe Meine Anständige Gibt's hier irgendwo Muni auf der scheiß Map, weißt du das? Ja Ja wo, kannst du das sagen? Nein Ach man, warum bist du ja nicht so nett? Weil ich gelb bin Komm, ist eins gegen eins Kannst du wenigstens sagen, wo Muni ist? Digolfi ist nicht tot Nein? Okay Glaub ich nicht Ja super, ist zwei gegen eins, dann sag mir jetzt wenigstens, wo Muni ist Doch, oh, der, Golfi Digolfi ist nicht tot, nein Das, das, der scheint trügt Der ist nicht tot, echt nicht Oh, Jengels, wie sowas wie Schlecker Der hat eine FAKE-Gleiche, der hat eine FAKE-Gleiche geworfen So, was? Ich glaub, der Jengels lebt gar nicht mehr Ich hab' nur gesagt, ich sei es gegen eins, hör' mir nicht zu Oh Dann tu, dann, dann, dann tu ihn untersuchen Verdammt Ja, ja, er lebt noch mal, gell Alter, willst du mich falsch, wenn ich das gewinne, bist du scheiße schlecht Oh mein Gott Ja, joo Boah, das war richtig knapp, ich hab' die ganze Runde in den zwei Versucht, Waffe zu finden aber ich versuche grad' die Tür zu Blockbarriketieren Danke, dass da so scheiße stand, sonst hätte ich nicht, hätten wir nicht, hätte ich zumindest nicht gewinnen können, Alter Boah Ich wollte grad' abdrücken, als du Hätt' ich nicht headshot, äh, gehadshotet, äh, wir hätten verloren Ich hab' Levi gehadshotet, ne? Ja eben, weil, ich hatte nämlich nicht gehadshotet Ich bin zu schlecht dafür